herzlich willkommen hier bei escape sequence menu 666 so der angezockt ja hier wie man sieht hier gibt 30 levels die muss man packen für jeden level gibt auch eine trophäe und sieht euch mal oben der typ da an der hätte noch so einen kommigen bart weil er aussehen wie viel adolf jr naja so genug gelacht na so hat hier ist jetzt der erste level ehrlich gesagt ich verstehe ich spiele nicht so ganz war das erste mal gespielt habe ist hier im zweiten level bleibe ich nämlich schon hängen irgendwie kann man machen dass ich die andere person der typ protagonista hier blaue figur die sich irgendwie bewegen dafür muss man die steine irgendwie dahin schieben und so weiter das habe ich mir gesagt eben der erste level das vor schon mal probiert und ja erst hier beim video also so gemacht das schon auch direkt pack jetzt hier zwei level schon auf feierabend naja als euch das noch sagen kann ich eigentlich erst sagen müsste sagen also noch hier die zeit zurück machen und so ohne heißt also und das ist ok wie start als klar hat immer muss man die steine irgendwie jetzt hier beim anderen steinen dass hinzufügen ja so sieht man ja dann kam sie sich selber bewegen also die andere figur die ja wegen aber wie auch immer wohl auch nicht ja gemerkt erklärt wie gesagt war erste mal erste level auch schon ein paar mal probiert gehabt und dann erst jetzt hier beim video so gemacht das erste parker die zweite ja er soll nach rechts genau zum ausgang hin oder so die blauen steine weg mal mit der durchgehen kann naja irgendwie nicht auf die reihe gekriegt was sollte ich probiert noch weiterhin bei der station noch sagen scheiße scheiße aber es mir ist auch egal ich habe noch genug andere spiele deswegen so wie hat die mähter schon schönen harensach mal bis nächstes mal wieder schüssig bis dann